Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch ganz ganz herzlich zu einem neuen Video, einem ziemlich coolen Video. Ich bin schon sehr gespannt, was am Ende rauskommen wird. Aber vorweg, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt tut. Und dann legen wir direkt los. Emma wird in etwas weniger als zwei Monaten zwei und sie liebt es, die ganzen Schminksachen von mir zu nehmen und sich selbst und mich zu schminken. Deswegen, dachte ich, wäre es doch eine coole Idee, dass wir das Ganze mal als Video filmen. Ich werde ihr natürlich ein bisschen helfen, ihr die Sachen angeben, vorbereiten und dann darf sie sich in meinem Gesicht austoben. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ende dann aussehen wird. Bist du bereit, Nausi? Ja? Mein Gesicht habe ich schon eingecremt. Der Schwarm ist feucht und dann mache ich ihr jetzt einfach was von der Foundation. Jetzt würde ich meine Haare ein bisschen heiß machen. Oder ich mache es, glaube ich, besser aufs Gesicht. Okay, Schatz. Dann legen wir los. Super machst du das. Ich habe eine Schublade, wo meine ganzen Schminksachen drin sind und die ist auf einer Höhe, wo Emma drankommt. Das bedeutet, sie geht da sehr, sehr häufig dran, holt sich die ganzen Sachen raus. Super machst du das jetzt. Wow. Guck mal hier, mach mal die Seite. Super. Fertig? Ja, bist du fertig? Ja? Okay, dann kommt jetzt Concealer. Dann legen wir los. Ja. Fertig? Schau mal, guck mal, hier kannst du nochmal machen. Denk wie hier mit. Nein? Okay, bist du fertig. Alles klar. Holt sich immer die ganzen Sachen aus der Schublade raus und rennt dann immer zu mir, will mich schminken, will sich selber schminken. Und das ist einfach so goldig, weil sie halt auch einfach die Sachen, die ich immer mache, so kopiert. Augenbrauen. Ja? Das nimmt. Und das, Mausi, hier hin. Okay? Krämpf. Nee, nee, nee. Schau mal, schau mal. So. So, und dann, hier. Wow. Oh. 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 Oh, es ist schön. Ja. Pssst. Das ist ein böses Spot. Hier, nehm mal. Und dann die Seite. kriegt die Mama nur eine Augenbraue. Dann, äh, das ist ihr Favorite. Der Pinsel wird überall reingetunkt und dann im ganzen Gesicht verteilt. Ich werde jetzt einfach auf den Pinsel, oder, nein, das mache ich nicht. Also, Mausi, der Pinsel. Pinsel. Ja. Und dann gehst du in die Farbe rein. Ja, super. Oh ja, das ist, das ist, ja, ja. Und dann, Mausi, hier drauf. Wow. Das ist richtig. Wow. Wow. Okay, lang mal hier rein. Okay, 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 reicht, 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 reicht. Ja. Wir haben die Seite. Kieferin. Brauchen wir noch mehr? Oh ja, okay. Kack, Mama. Super. Nein, ich danke dir, mein Schatz. Einmal alle Farben rein. Okay. Wow. Wow. Super, Schatz. Ja. Okay. Dann hast du die und hier rein. Jetzt kommt, oh. Hallo. 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 Und das kommt jetzt hier. Machst du das da hin? Nein. Wie nein? Kriegt immer mal keinen Worn? Ach, du bist wieder den kleinen Pinsel. Mausi, erzähl doch mal ein bisschen. Wie heißt du? Emma. Ja. Und wie alt bist du? Emma. Ja, du heißt Emma und du bist? Eins. Eine Pinsel. Und bald bist du zwei. Ja. Ja, super. Ja. Was isst du am liebsten? Kekse. Kekse? Und was ist mit Käse? Käse. Käse. Oh, jetzt willst du Käse haben, ne? Ja, Käse. Möchtest du eine Schabbe Käse haben, schnell? Ja, Käse. Stärkung vom ganzen Schminken. Okay, Kekse. Okay, ich hole dir eine Schabbe. Kekse. 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 Was ist dein Lieblings-Disney-Film? Manana. Wow. Manana-Putzel. Manana-Putzel. Möchtest du heute nochmal Vajana gucken? Ja. Aber nicht jetzt, okay? Ja. Später. Pizza. Später, genau. Pizza. Pizza? Hast du heute mit deiner Pizza gespielt? Oh, bitte. Okay, jetzt kommen wir zur Wimperntusche. Und da habe ich schon ein bisschen Angst vor, aber alles gut. Martin? Hier hin, ja? Und dann die Seite? Ja, wir hin. Oh, meine Augen drehen. Das kitzelt nicht. Also, ja, doch, das kitzelt eigentlich schon. Okay, Mausi. Und jetzt noch Lippenstift. Bleibst du kurz sitzen? Ich hole das schnell, ja? Ja, okay. Mausi, wie macht der Hund? Hä? Wie macht die Katze? Mö. Ja. Wie macht die Kuh? Gä. Mö. Mausi, wie? Braucht die Mama noch mehr? Ja, mehr. Mehr? Also, Mausi, ich finde, du hast super Arbeit geleistet. Das hast du super gemacht. Ja. Check. Und Faust. Ja. Super. Aber du willst meinen Lippenstift, ne? Irgendwas an dem Lippenstift findet sie ganz, ganz fasziniert. Nee, ich darf ihn gerade haben. Also, ich glaube, ich muss uns beide gleich wieder abschmiegen. Nein, sieh ich mir mal. Fertig, guck mal. So, ihr Lieben. Emma ist fertig mit dem Make-up. Und ich finde, sie hat eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Was meint ihr? Wie würdet ihr ihre Make-up-Kunst bewerten? Lasst gerne unten einen Kommentar da und bewertet mal diesen ausgefallenen Make-up-Look. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Was holst du denn da jetzt? Das ist der von Detox von Oma und Opa, ne? Ja, Oma und Opa. Ja. Stellst du den wieder zurück? Oma und Opa. So, und dann, Mausin, mach mal Mua. Mua. Ja. Tschüss. Tschüss.